Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der 27.02.2020. Ich bin wieder ohne Brille und schiele dann auch wieder mehr. Ich sehe aber besser ohne Brille mit den Kontaktlinsen, weil ich die ganze Zeit den Brillenrand im Bild habe, wenn ich durch die Brille schaue und dass ich mir schiele, wenn ich keine Brille auf habe. Es ist verstörend, aber ich kann es nicht ändern. Ich hatte heute einen ruhigen Tag, habe lang geschlafen, fühle mich aber deswegen nicht erholt. Es ist schon abends und ich bin gerade alleine zu Hause und habe mir gedacht, ich mache mein Video jeden Tag. Ich war beim Optiker und habe mir neue Kontaktlinsen geholt. Der hat auch meine Augen begutachtet. Die Augenentzündung dürfte weg sein. Sieht alles ganz gut aus, brennt nur noch ein bisschen und fühlt sich jetzt auch frischer an. Die Brille hat mich doch sehr gestört. Ja, ich habe heute etwas Geld bekommen von meinem Vater und mir das Reinigungszeug von Polish Choice gekauft. Im Internet die extra starke Version. Das sind vier Sachen. Das ist einmal das Gesichtswasser, die Reinigung. Also die Reinigung. Das BH Liquid Peeling und eine Tages- und eine Nachtcreme. In großer Version 102 Euro, weil es die extra starke Version ist. Da ist glaube ich beim BH Liquid mehr von dieser Säure drin. Ein Prozent mehr. Auf jeden Fall. Ganz schön teuer. Ich schaue mal, wie lange ich damit rauskomme und ob ich da relativ schnell nachbestellen muss. Weil dann ist es für mich ein guter Kauf, wenn ich damit nicht mindestens einen Monat rauskomme. Und eigentlich sollte das gehen, weil mit den Testprodukten, mit den Luxusproben bin ich auch so circa einen Monat, drei Wochen hingekommen und hat auch viel gebracht. Mein Gesicht sieht momentan wieder mittelmäßig aus. Am Kinn habe ich sehr viele Unreinheiten und Kratzspuren auf. Und hier habe ich auch gekratzt. Das ist halt teilweise dadurch, dass es mir nicht so gut geht. Und die Haut ist halt sehr fettig und meine Haare schauen ungewaschen aus, obwohl ich gestern duschen war. Und im Gesamten sieht es nicht so gut aus. Die Haare sind nicht so gut gewaschen wie sonst. Und sind schon wieder leicht strähnig und bis morgen sind sie sich im Bett. Aber ich komme erst am Samstag wieder zum Duschen, weil dann wieder die Volkshilfe kommt. Ähm, wie gesagt, ich war heute beim Optiker und also in St. Pölten und habe auch ein bisschen mehr Geld bekommen, dass ich mir noch ein paar andere Sachen kaufe, weil wir können Amazon. Und ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden und werde damit auch rauskommen. Und es ist keine ideale Lösung, weil die Sicherung wäre halt doch schöner gewesen, aber man kann es nicht ändern. Wenn mein Vater zu viel verdient, ist es einfach blöd. Ähm, sonst war quasi nicht zu viel los. Wie gesagt, ich habe lange geschlafen. Ich fühle mich aber nicht wirklich gut, weil ich nicht richtig gut geschlafen habe. Ich war die meiste Zeit wach und habe mich hin und her gewälzt, soweit das für mich geht, weil ich mich ja nicht wirklich drehen kann. Aber ich habe den Kopf die ganze Zeit hin und her gedreht und mich dann versucht, die Seite zu drehen. Und das hat mich auch nicht unbedingt glücklich gemacht, weil es nicht wirklich ging. Und es war eine sehr unruhige Nacht. Ich war ziemlich oft wach und habe nicht besonders gut geschlafen. Ich habe zwar bis zwölf geschlafen, aber bis elf. Aber ich habe mich nicht sonderlich erholt. Heute werde ich noch bis neun aufbleiben, weil meine Eltern bei der Gemeinderats angelogen sind. Und die bis neun weg sind, halb zehn vielleicht. Und dann werde ich schlafen gehen. Zu dem Video gestern wollte ich eigentlich nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, ich habe in dem Video schon gut rübergebracht, was mir am wichtigsten ist an meinem YouTube-Channel und inwiefern ich euch helfen möchte oder helfen kann. Und meine Möglichkeit. Aber dass es im Moment nicht so positiv ist. Auch jetzt gerade geht es mir nicht so gut. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vorhin ging es noch. Dass es mir jetzt nicht so gut geht. Daran kann ich nichts ändern oder nicht viel ändern. Ich werde mich jetzt mit Musik hören ablenken und positive Gedanken zulassen. Und ja, mal gucken, was der Abend noch bringt. Morgen kommt Sonja wieder. Morgen bin ich auch für Kerstin. Das ist ein ganz schöner Tag. Ich hoffe, dass ich mich mit Kerstin Albirgsfluss auf den Weg bringe. Was jetzt die weitere Betreuung angeht. Durch die Influenza und Corona-Viren ist halt eine momentane Aufnahme nicht geplant. Aber vielleicht in April. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich würde jetzt auch nichts sagen, dass es mir jetzt grundsätzlich so schlecht geht, dass es unbedingt notwendig ist, aufgenommen zu werden. Ich habe schon immer wieder so Verzweigungen zu sagen, wo ich nicht weiter weiß oder wo ich mir nicht gerne eine Aufnahme wegkommt. Aber ich kann mich zusammenreißen. Und ich finde, wenn ich das gerade sage, ich kann mich zusammenreißen, wenn mir das jemand sagt, reiß dich doch mal zusammen oder verhalte dich mal fröhlich oder das bringt mir überhaupt nichts. Also zusammenreißen kann man sich oder man kann es nicht. Und es gibt Situationen, da kann man es besser, es gibt Situationen, da kann man es nicht. Aber man kann das keinem anschaffen, dass er sich zusammenreißen soll. Weil wenn es einem nicht gut geht, dann liegt einem nichts ferner, als sich zusammenzureißen und auch positiv zu machen. Und deswegen finde ich das immer sehr komisch, wenn ich solche Aussagen höre. Und wenn ich das dann selbst sage, okay, ich kann nichts zusammenreißen. Aber das merkt man halt daran, dass es mir heute zwar nicht gut geht, aber es geht mir insgesamt etwas besser, seit die Aussicht im Mai ist. Und natürlich ist es noch lange Zeit und natürlich kommen sicher noch einige Probleme dazu. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und das ist immer das, was ich sage und was mich aufbaut. Weil ich sage, solange die mich nicht abgelehnt haben, habe ich noch eine Chance, auf Therapie zu kommen. Und das bewirkt ein positives oder positiveres oder eine positivere Grundstimmung. Ich weiß, es hebt nicht auf, dass es mir jetzt nicht gut geht, aber es ist die Grundstimmung schon mal positiver, als wenn ich Aussicht auf gar nichts hätte. Und logistisch muss ich mich weiter mit mir selbst abraten und bekomme keine Hilfe. Aber das ist halt einfach, das nimmt jeder anders auf und es bringt jedem anders was. Das ist auch nicht immer gleich. Und dass ich mir heute die Polar Strikes Produkte bestellen habe und noch ein paar andere Sachen hat mich auch gefreut. Das hat mich auch gefreut. Und heute habe ich noch einen Ton, den fertig war. Zum Glück. Das hat mich auch gefreut. Am Samstag sollte schon der nächste kommen. Am Freitagmorgen sollte ich einer kommen und am Samstag noch einer. Und das ist doch schon mal Grund für positive Stimmung. Und ich glaube, solange ich mich an so kleinen Dingen freuen kann, ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Weil ich habe schon Fragen da hinter mir, da habe ich mich über nichts mehr gefreut. Und über keinen Einkauf und habe ständig mir bestellt, um mich irgendwie glücklicher zu machen. Aber es hat nichts gemacht. Und jetzt bringen mir Kleinigkeiten schon was. Auch wenn die Gesichtsreinigung kein großes Spielzeug ist oder keine Beschäftigung in dem Sinn. Aber es ist für meine Gesundheit. Und daher, ich tue ja was für meine Gesundheit und für mein Hautbild und so. Und deswegen ist es auch positiv. Natürlich sollte ich mich nicht ständig über Einkaufen befriedigen. Aber wenn es momentan so eins der wenigen Dinge ist, die mich Freude bereiten, dann ist es halt einfach so. Und manchmal muss man die Situation auch akzeptieren. Und das ist im Moment so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder viele Blödsinn geredet habe. Aber ihr könnt mir sehr in die Kommentare schreiben. Ich habe heute nicht mehr viel vor, außer bis 9 warten, dass meine Eltern nach Hause kommen. Fungelbuch hören und einen Kaffee noch austrinken. Noch ein oder zwei rauchen und schlafen gehen. Ähm, ja. Ich habe jetzt auch nicht mehr zu erzählen als das, was ich euch erzählt habe. Und deswegen will ich euch nicht allzu lange aufhalten. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder Tag. Und wenn ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Inges. Eure Inges. C-Vousi.